Musik Februar 1945. Im Süden der Ukraine, auf der Halbinsel Krim. In Europa wütet noch immer der Krieg. Der britische Premierminister Winston Churchill und US-Präsident Franklin Roosevelt, der hier von sowjetischer Politprominenz begrüßt wird, haben London und Washington unter größter Geheimhaltung verlassen. Sie sind mit Generalissimus Josef Stalin verabredet, dem starken Mann der UdSSR. Über eine Woche lang trafen sich die drei Führer der großen Allianz gegen das nationalsozialistische Deutschland in einem Palast unweit der Stadt Yalta. Präsident Roosevelt, hier in der Mitte der Tischgesellschaft, setzte große Hoffnungen auf diese Konferenz, bei der er den Vorsitz führte. Ziel des Gipfeltreffens war die Beendigung des Krieges und die Vorbereitung der Welt auf die Nachkriegszeit. Vor einer ihrer letzten Zusammenkünfte posierten die drei lächelnd für die Fotografen und Kameraleute, die ihre offenbar perfekte Eintracht für die Nachwelt festhielten. Doch ist es den drei Männern wirklich gelungen, sich trotz ihrer zuwiderlaufenden Interessen zu verständigen? Und warum trafen sie sich heimlich im hintersten Winkel der Krim? Die Presse war nicht zugelassen. Doch wer waren dann diese Reporter, deren Aufnahmen heute die einzige visuelle Erinnerung an die sogenannte Konferenz von Yalta darstellen? Blicken wir einige Tage zurück in die Vereinigten Staaten. In der Nacht des 22. Januar 1945 ging Präsident Roosevelt in Newport News in Virginia unauffällig an Bord eines Schiffes, das Kurs auf das Mittelmeer nahm. Nach einer elftägigen Überfahrt legte er einen Zwischenstopp auf der Insel Malta ein. Churchill war ebenfalls unbemerkt in London abgeflogen und kurz vor Roosevelt eingetroffen. Um dem feindlichen Feuer zu entgehen, flogen die beiden von hier aus mit getrennten Maschinen auf die Halbinsel Krim. Stalin, der unter Flugangst litt, war in Moskau in seinen gepanzerten Zug gestiegen. Eine 1200 Kilometer lange Reise. Churchill hat 4000 Kilometer zurückgelegt. Präsident Roosevelt hingegen musste über 10.000 Kilometer bewältigen, um zum Konferenzort zu gelangen. Gegen Mittag des 3. Februar 1945 werden Churchills und Roosevelts Flugzeuge in der Ebene von Saki erwartet. Mitten im Nirgendwo. Diese Militärkapelle der Roten Armee ist aufmarschiert, um die Nationalhymnen aller drei Länder zu spielen. Stalin hat beschlossen, seine beiden Verbündeten nicht persönlich zu begrüßen. Er lässt sich von Außenminister Vyacheslav Molotov vertreten, seiner getreuen rechten Hand. Hinter Molotov ist eines der Zelte zu erkennen, die für die Reisenden aufgestellt wurden. Es sind 700. Ja, ein Tross von 700 Mitarbeitern begleitet Präsident Roosevelt und Premierminister Churchill. Hier im Bild. Nach hohem Fieber und einem siebenstündigen Flug ist es nicht leicht, eine gute Figur zu machen. Churchill ist 70 Jahre alt. Außenminister Molotov spricht lediglich Russisch. Der junge Mann hier, zwischen den beiden, Wladimir Pavlov, fungiert als Dolmetscher. Einen Moment. Gleich hinter Churchill steht sein Leibarzt, Charles McMorrin Wilson. Und ein Stück weiter rechts ist Sarah, Churchills zweitälteste Tochter, zu erkennen. Sie ist Schauspielerin und Angehörige der weiblichen Hilfstruppe der britischen Air Force. Die beiden sind mitgekommen, um auf Churchill aufzupassen, dessen Gesundheit angeschlagen ist. Die Frau im Pelzmantel ist Roosevelts Tochter Anna. Sie begleitet ihren Vater aus demselben Grund. Die Kameraleute filmen Roosevelt erst im Wagen. Der Präsident leidet seit über 20 Jahren an einer Nervenkrankheit, die zu Lähmungen in den Beinen führt. Doch auf Film- und Fotoaufnahmen ist seine Behinderung nicht zu sehen. Betrachten wir die ersten Bilder des Präsidenten noch einmal in Zeitlupe. Unten links ist ein Mann mit Hut zu sehen, der eine Metallstange anbringt. Sie soll dem Präsidenten den nötigen Halt geben. Der Mann mit Hut ist jetzt hinter den Wagen getreten. Es handelt sich um einen Agenten des Secret Service, der gewöhnlich als Roosevelts Chauffeur fungiert. Der Präsident schickt sich nun an, mit Churchill an seiner Seite, der zu Fuß nebenher geht, das Regiment der Roten Armee abzuschreiten. Noch einmal zurück. Schauen Sie genau hin. Der Mann, der im Vordergrund so eilig vorbeigeht, ist für die Sicherheit des Präsidenten verantwortlich. Michael Reilly ist bereit seit einer Woche auf der Krim, um die Fahrtstrecke und Roosevelts Wohnsitz zu inspizieren. Vom Flugplatz von Sarki bis nach Yalta, das ebenfalls am Schwarzen Meer liegt, sind es im Winter gut fünf Stunden Fahrt. Die drei Staats- und Regierungschefs sind in verschiedenen Palästen unweit von Yalta untergebracht. Stalin hat sich den Mittleren ausgesucht. Eine ideale Lage, um das Kommen und Gehen seiner Gäste zu überwachen. Dies ist der Palast, in dem Churchill wohnt. Im Livadia-Palast, einer ehemaligen Residenz von Tsar Nikolaus II., wurden vor der Ankunft Roosevelts umfangreiche Umbauten vorgenommen. Hier werden die drei einmal am Tag zusammenkommen. Sonntag, 4. Februar 1945. Die erste Zusammenkunft ist für 17 Uhr geplant. Josef Stalin trifft als erster ein. Er ist sehr früh dran, um allein mit Roosevelt sprechen zu können. Churchill wird deshalb nicht amused sein. Betrachten wir seine Ankunft noch einmal aus einer anderen Perspektive. Stalin wird von seinem treuen Mitarbeiter Molotow begleitet. Thema dieses ersten offiziellen Treffens wird vor allem die militärische Situation in Europa sein. Die selbe Szene aus dem Blickwinkel einer dritten Kamera. Eine vierte Kamera wartet in der Eingangshalle. Und hier links ist noch eine. Stalin beschleunigt seine Schritte. Er ist kamerascheu. Churchill trifft wie geplant ein wenig später ein. Er wird von seiner Tochter Sarah begleitet. Churchill will sich schon der Eingangstür zuwenden, als er Roosevelts Tochter bemerkt, die er zuerst begrüßt. So bleibt den Journalisten viel Zeit, um ihre Kameras auszurichten und näher heranzutreten. So wie der Kameramann links, dessen Bilder wir gleich sehen. Im Gegensatz zu Stalin fühlt sich Churchill vor der Kamera überaus wohl und übertreibt manchmal sogar ein wenig. Er weiß seit langem, wie wichtig Filmaufnahmen sind und setzt sich gern selbst in Szene. Doch heute hat er kein Glück. Wegen des Stofffetzens, der ihm von seiner Mütze in die Stirn ragt, sind diese Bilder nicht so überzeugend. Roosevelt zu filmen ist da schon schwieriger. Er darf erst gezeigt werden, als er am Konferenztisch sitzt. Doch wer filmt hier? Alle drei Staatschefs haben die Anwesenheit der Presse abgelehnt. Diese Bilder werden daher von Militärs und einigen ausgewählten Zivilisten gedreht. Als die Konferenz beginnt, müssen sie den Raum verlassen. Betrachten wir noch einmal die Bilder von Stalins Ankunft. Vor diesem ersten Gipfeltreffen befindet er sich gegenüber seinen beiden Verbündeten in einer starken Position. Seine Truppen stehen bereits vor den Toren Berlins. Einige Wochen zuvor, Anfang Januar 1945, hielten die deutschen Truppen noch weite Teile Mitteleuropas besetzt. Im Westen werden die Alliierten seit fast zwei Monaten am Rhein aufgehalten. Im Osten hat die Rote Armee bereits einen Großteil Polens besetzt. Am 12. Januar startet sie eine gewaltige Offensive. Zum Zeitpunkt der Konferenz von Jalta sind ihre Truppen nur noch 70 Kilometer von Berlin entfernt. Dieser schnelle Vormarsch ermöglicht es Stalin, in Jalta als Hauptakteur der Allianz gegen Hitler aufzutreten. Doch zurück zum Liwadia-Palast. Während Churchill, Stalin und Roosevelt verhandeln, haben die Kameraleute nichts weiter zu tun, als solche Bilder zu drehen. Einige Tage zuvor, kurz vor der Ankunft der drei Staats- und Regierungschefs, durften amerikanische Kameraleute den großen Umzug filmen, den die USA für die Unterbringung des Präsidenten und seines Gefolges organisiert haben. Viele Tonnen Material sind nötig, um zu arbeiten, glanzvolle Empfänge zu geben und die Kommunikation mit Washington aufrecht zu erhalten. Es ist an alles gedacht. Von diversen Landkarten, über Ersatzteile für Schreibmaschinen, bis hin zum kompletten Friseursalon. Die Technikerteams haben sogar Telefonkabel verlegt. Die Leitung verläuft über 90 Kilometer hinweg bis zur Hafenstadt Sevastopol, wo amerikanische Schiffe vor Anker liegen. In etwas mehr als einer Woche wird alles wieder eingepackt und zurück in die USA geschickt werden. Dienstag, 6. Februar. Ein besorgter Churchill trifft im Livadia-Palast ein, um mit dem amerikanischen Präsidenten allein zu Mittag zu essen. Er fürchtet, dass Roosevelts Versuche, die Sowjets zu umgarnen, zu Lasten der britischen Interessen gehen könnten. Der Präsident bringt bei ihrer dritten Zusammenkunft zunächst sein wichtigstes Anliegen zur Sprache. Er möchte, gemeinsam mit seinen beiden Verbündeten, eine solide Basis für eine Organisation der Vereinten Nationen schaffen. Ein solcher Zusammenschluss scheint ihm unentbehrlich, um einen dauerhaften Frieden zu sichern. Doch es gibt ernsthafte Streitpunkte. Churchill will sich dafür entscheiden, die amerikanischen Vorschläge zu unterstützen. Stalin ist verärgert über diesen Vorstoß seiner beiden Partner und lehnt ihre Vorschläge ab. Dies ist der Sitzplan des Konferenztisches. Roosevelt, Churchill und Stalin sind von ihren Beratern, Ministern und Dolmetschern umgeben. Der Tisch ist dadurch in drei Gruppen aufgeteilt. Churchill und Roosevelt haben seit Kriegsbeginn eine solide Partnerschaft aufgebaut. Doch in Yalta werden sich die Beziehungen zwischen den drei Männern verändern, je nachdem, welche Interessen jeder von ihnen gerade zu verteidigen sucht. Erstmals seit Beginn der Konferenz wird ein Treffen scheitern. Stalin schlägt einen schärferen Ton an und verweigert jedes Entgegenkommen hinsichtlich der UNO und der Zukunft Polens. Ein weiterer Streitpunkt. Die ganze Nacht hindurch, bis zum frühen Morgen, bemühen sich ihre Außenminister, die Schwierigkeiten zu beheben. Gleichzeitig teilen ihre Pressedienste der Welt mit, dass sie irgendwo am Schwarzen Meer zusammengekommen sind und die Verhandlungen erfolgreich verlaufen. Da er am Konferenzort nicht filmen darf, dreht ein amerikanischer Kameramann während der folgenden Tage in der Stadt Yalta. Wenige Monate zuvor war die Krim noch von deutschen Truppen besetzt gewesen. Der Journalist entdeckt einige Karikaturen von Hitler und seinen Verbündeten. Das obere Bild zeigt, wie Hitler danach giert, Moskau zu erobern. Das war 1941. Darunter derselbe Hitler, den 1945 angesichts des gewaltigen sowjetischen Gegenangriffs das Entsetzen packt. Der Kameramann hat auch dieses Plakat gefilmt, das einen stark lädierten Hitler zeigt. Rechts wird sein katastrophaler Gesundheitszustand beschrieben. Um der Welt ihren Zusammenhalt gegenüber dem gemeinsamen Feind zu demonstrieren, haben die drei Staats- und Regierungschefs für den 9. Februar 1945 im Livadia-Palast einen Film- und Fototermin anberaumt. Präsident Roosevelt will am nächsten Tag abreisen. Vor dem Ende der Konferenz posieren die drei Bündnispartner noch einmal sitzend im großen Innenhof. Roosevelt ist bester Laune. Stalin hat ihm am Vortag versprochen, dass die UdSSR schon bald in den Krieg gegen Japan eintreten wird. Er hat aus seiner Sicht sein wichtigstes Ziel erreicht und sieht nur noch geringen Verhandlungsbedarf. Doch obgleich es ihm gelingt, vor den Kameras eine gute Figur zu machen, ist allen Anwesenden die alarmierende Verschlechterung seines Gesundheitszustandes aufgefallen. Der Präsident ist oft minutenlang geistesabwesend und kann sich nur für wenige Stunden am Tag konzentrieren. Roosevelt's letzter öffentlicher Auftritt fand kurz vor seiner Abreise nach Yalta statt. Anlass war der Beginn seiner vierten Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten. Dank eines Metallbügels konnte er sich während seiner Rede aufrecht halten. Da heute jedoch kein Publikum anwesend ist, posiert er sitzend mit seinen Bündnispartnern. Genau wie schon bei ihrem letzten Zusammentreffen 1943 in Teheran. Dass der Fototermin im großen Innenhof des Palastes stattfindet, liegt nicht nur an den besseren Lichtverhältnissen, sondern auch an der eingeschränkten Mobilität des Präsidenten. Das gesamte Erdgeschoss des Palastes wurde eigens für ihn umgebaut. Der große Innenhof liegt hier. Die Plenarsitzungen finden gleich nebenan im ehemaligen Ballsaal statt. Das Esszimmer, in dem Roosevelt soeben mit Churchill das Mittagessen eingenommen hat, befindet sich hier. Das Schlafzimmer des Präsidenten wurde im Audienzzimmer des Zaren eingerichtet, nur wenige Meter von den Tagungsräumen der Konferenz entfernt. Hier das Schlafzimmer, aufgenommen kurz vor seiner Ankunft, als gerade das Bett hergerichtet wurde. Der heutige Fototermin findet, wie schon in Teheran, in mehreren Etappen statt. Zunächst posieren die Staatschefs allein. Noch einmal zurück. Churchill wendet sich einmal, und dann noch einmal, den Reportern zu, die ihn wahrscheinlich bitten, seine Mütze abzunehmen, weil sie ein wenig zu russisch oder sowjetisch wirkt. Stalin ist der Kamerascheuste der drei Staats- und Regierungschefs. Er lässt sich nicht gern fotografieren und erst recht nicht filmen. Vielleicht wegen seiner geringen Körpergröße, des verkrüppelten linken Arms und seines pockennarbigen Gesichts. In einer zweiten Phase gesellen sich die militärischen Berater hinzu. Und schließlich sind auch die drei Außenminister an der Reihe. Von links nach rechts Anthony Eden, Edward Stettinius und Vyacheslav Molotov. Doch die Zeit drängt, denn die Sitzung soll in Kürze beginnen. Betrachten wir die Szene noch einmal in Zeitlupe. Stalin richtet eine Frage an Molotov, der auf seine Uhr sieht. Molotov antwortet und Stalin winkt jemanden heran, um ihm zu signalisieren, den Fototermin zu beenden. Dieser Mann wird gleich den Befehl zum Abbruch der Aufnahmen geben. Anschließend gehen Stalin und Churchill gemeinsam in den ehemaligen Ballsaal, wo ihr sechstes Gipfeltreffen stattfinden soll. Roosevelt wird sich zu ihnen gesellen, sobald die Journalisten weg sind. Vor diesem Fototermin, dessen Bilder bis heute für die Konferenz von Yalta stehen, haben sich die Kameraleute und Fotografen gegenseitig aufgenommen. Das ist Ivan Beljakov, ein dem Kreml nahestehender Kameramann, den Stalin gut kennt. Der Mann, der hier winkt, ist ein sowjetischer Kriegsberichterstatter, der eigens von der Front angereist ist. Diese Aufnahme zeigt ganz links die Regisseure Kapalin und Gerasimov. Die Sowjets sind offenkundig bei weitem am stärksten vertreten. Dies sind die einzigen beiden britischen Journalisten. Auf diesem Foto ist links Roosevelts Lieblingsfotograf zu erkennen, Robert Hopkins. Er ist der Sohn von Harry Hopkins, dem engsten Mitarbeiter des Präsidenten. Die Bilder dieser Journalisten kommen schon kurz darauf in die Kinos. Hier ein Ausschnitt aus der Reportage der amerikanischen Filmproduktionsgesellschaft Universal. Und hier der Kommentar der britischen Movietone-Wochenschau. Und schließlich noch ein Ausschnitt aus dem hochoffiziellen, 40 Minuten langen Film der beiden sowjetischen Regisseure. Der Kommentar zitiert Wort für Wort die zwei Tage nach dem Fototermin unterschriebene Erklärung. Die britischen und amerikanischen Reportagen werden bereits ausgestrahlt, noch bevor Churchill und Roosevelt wieder zu Hause sind. Sonntag, 11. Februar 1945. Roosevelt ist nicht wie geplant abgereist, da sich die Verhandlungen verzögert haben. An diesem Morgen macht er mit seinem Jeep einen Ausflug in die Umgebung des Palastes. Links neben ihm sitzt seine Tochter Anna. Rechts Fredericks, sein gewohnter Chauffeur. Und natürlich wird der Jeep des Präsidenten von mehreren Agenten des amerikanischen Secret Service begleitet. Roosevelt selbst hatte die Krim unter mehreren möglichen Konferenzorten ausgewählt. Er hat auch die längste Reise und die größten Anstrengungen unternommen, um den Erfolg der Konferenz zu gewährleisten. Die Rückkehr in den Palast. Gegen 16 Uhr reist Roosevelt ab. Er wird seine letzte Nacht in Sevastopol an Bord eines amerikanischen Schiffes verbringen. Am nächsten Tag, dem 12. Februar 1945, trifft Roosevelt in Saki ein, der ersten Etappe seiner Rückreise in die Vereinigten Staaten. Wie schon bei seiner Ankunft mit Churchill, spielt auch diesmal die Militärkapelle. Doch Churchill hat beschlossen, etwas später abzureisen. Roosevelt's Auslandsreise zu dieser geheimen Konferenz hat insgesamt über einen Monat gedauert. Seine beiden wichtigsten Ziele hat er erreicht. Die UNO und das Versprechen der UdSSR, in den Krieg gegen Japan einzutreten. Der Präsident hat unter Zeitdruck agiert. Er weiß, dass seine Tage gezählt sind. Roosevelt wird zwei Monate später sterben. Stalin hat eine Vergrößerung des sowjetischen Staatsgebietes zum Nachteil Polens erwirkt. Außerdem hat er durchgesetzt, dass ein Großteil der deutschen Reparationszahlungen an die UdSSR geleistet wird. Um die britischen Interessen in einer zukünftig bipolaren Welt zu schützen, hat Churchill erreicht, dass Frankreich sich an der Besetzung Deutschlands beteiligt und Mitglied im Sicherheitsrat der UNO wird. Roosevelt wird zunächst einen langen Zwischenstopp in Ägypten einlegen, bevor er nach Washington weiterreist. Am 1. März 1945 präsentiert Roosevelt dem Kongress der Vereinigten Staaten die Ergebnisse der Konferenz von Yalta. Er erinnert daran, dass der Kongress den Versailler Vertrag 1919 nicht ratifiziert und damit den Beitritt der Vereinigten Staaten zum Völkerbund verhindert hatte. Wir haben sie verfolgt, aber wir können sie wieder nicht verfolgen. Wir erwarten, dass die Welt wieder überleben wird. Und ich bin überzeugt, dass die Kongress und die Amerikaner Menschen die Ergebnisse von dieser Konferenz als die Beginnungen unserer permanenten Struktur der Frieden, auf der wir beginnen können, unter Gott zu bauen, diesen besseren Welt, in dem unsere Kinder und Großeltern, yours und mine, die Kinder und Großeltern des ganzen Weltes, müssen leben und können leben. Der Kongress stimmt den in Yalta getroffenen Entscheidungen zugunsten des Friedens zu. Doch es ist ein unsicherer Frieden, denn das Bündnis zwischen den drei Staats- und Regierungschefs wird brüchig werden und die Welt allmählich in den Kalten Krieg eintreten. Zanchez interdemokratisch Und das Bündnis Untertitelung des ZDF, 2020